Schalke 0-4 im Viertelfinale der Champions League. Guter langer Ball, das ist kein Abseits und Neuer ist ein guter Fußballer und ein guter Kopfballspieler. Tor ist leer, Ball ist drin, es steht 1 zu 0. Cäsar zögert und kriegt im richtigen Moment die Beine zusammen, Ausgleich, Matip 1-1. Man mit Ideen, Melito, kein Abseits diesmal, wir haben sofort am Assistenten geguckt, Treffer 10, 33. Minute, 2-1. Und noch mal, und der Ende und 2-2. Ja, glaub ich's denn. 40. Minute, 2 zu 2. Super Zuspiel, Eto, Eto, Neuer! Körnerseits von Raul, 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 Raul! 53. Minute, es steht 2 zu 3. Wembley! Das ist ein Hammer, Freunde! Der Pott sieht blank! Ich sag's mal ganz leise, Wembley calling. Urano! Eigentor! Ich fasse es nicht, Freunde, das gibt's nicht! 2 zu 4, Andrea Ranocchia! Ha, 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 ha! Gelb-Rot gegen Kivo! Borado-Vosten! Ha, ha, ha! 5! 5! 5! Edou, gimme 5! Hasta la vista, Schalke Halbfinalista! 5! 2. 3. Hohen, gimme 5! 8! 9! 10! 10! 10! 10! 10! 10! Laul-State! Laul-State! Raúl! Abibidaci, Titel von Meiliger. Richtig umrecht geht er zum Ball. Das ist kein Abseits. Helvetis läuft durch! Helvetis ins Glück! Der FC Schalke 04 steht im Halbfinale der Champions League.